In einem Leben können sich Kreise schließen. Nun will ich folgendes Beispiel erzählen. Kreise schließen. Ich habe eine Freundin gehabt, die ich im Krieg kennengelernt habe, als Soldat, aus Knittlingen, Schwaben. Und aus dieser Beziehung ist nichts weiter geworden, weil meine Mutter als erzkatholische Frau aus dem Eichsfeld gesagt hat, du wirst mir doch keine Evangelische ins Haus bringen. Ich war damals Student, habe keinen Pfennig Geld gehabt, habe bei den Eltern gelebt und habe mir überlegt, was soll das werden? Die Sache ist total aussichtslos. Ich kann doch nicht dieses Mädchen in irgendeiner Form an mich binden oder sie sich an mich binden, ohne irgendeinen vernünftigen Hintergrund. Ja, heute machen die Leute alles Mögliche. Die haben beide nichts und sie heiraten oder sie heiraten nicht und setzen Kinder in die Welt, alles durcheinander. Ist egal, heute. Aber damals nicht. Das ging nicht. So. Und das ist auseinandergegangen. Die Frau lebte in Knittlingen, das ist bei Feihingen in der Schweiz. Ich habe Bekannte hier in Niedernhausen. Wir trinken gelegentlich dann einen Wein und er weiß, ich mag also gerne irgendetwas, was milde ist oder meinetwegen sogar süß ist. Die Knochen mag ich nicht. Er sagt, komm, lass uns runtergehen. Ich habe da unten einige Flaschen liegen. Such dir eine aus. Ich greife in das Regal, kriege eine Flasche raus und dieser Wein ist aus Knittlingen. Rechts keine, links keine, alles andere. Die Leute wissen nicht, wo diese Flasche hergekommen ist, wo sie sie haben, ob sie Geschenke gekriegt haben, aber die haben keine Beziehung darunter. Ist eine Flasche aus Knittlingen. Anderes Beispiel. Ich bin als Soldat in Breslau gewesen, gegen Ende des Krieges und habe in einer bestimmten Kaserne genächtigt und dann, weil die Kaserne verwandt war, haben sie uns aufs Feld gezeltet und so weiter. Gegenüber auf der anderen Seite von der Ober-Oder lebte im Alter von damals zehn Jahren meine spätere Frau. Und das genügt ihr. Dann würde man sagen, das ist Zufall. Nein, ich bin auf den Fahrten durch Deutschland als Soldat in Schönebeck an der Elbe gewesen. Und Schönebeck an der Elbe ist der Ort, wohin die Familie aus Schlesien geflüchtet ist. Das sind schon zwei Sachen. Und so geht das reihenweise. Wenn man da mal die Augen aufhält, dann sieht man Beziehungen, wo, wie ich sage, die Kreise sich schließen. Viele, viele. Vielen Dank.